Hallo und herzlich willkommen in der Pferdewelt der Spiegelburg. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir gemeinsam einen Blick auf die Highlights der neuen Saison zu werfen. Es lohnt sich, denn auch im Frühjahr bespielen wir das Thema Pferde für alle Altersklassen. Ob Ponyhof, Lotti und Dotti, Pferdefreunde oder die Trendserie Isla Forces, bei uns wird jeder Pferdefang glücklich. Die Welt der Pferdefreunde besticht im Frühjahr durch ihre zwei Farbwelten, Olivgrün und Beere. Ergänzt mit edlen Schmuckelementen wie Blumenranken, Hufeisen, Herzchen und Glitzerdetails entsteht ein klassisch moderner Look. Ein absoluter Longseller, der nun in neuem Look erscheint, ist die Tasche mit Außenfächern. Putz- und Reitutensilien finden ausreichend Platz. Die Tasche hat fünf Außenfächer, ein Reißverschlussfach und einen verstellbaren, abnehmbaren Schulterriemen. Direkt in beiden Farbwegen erscheint unser neuer Rucksack. Er hat unsere hochwertigste Kindergartenausstattung. Dazu gehören ein ergonomisches Gurtsystem, ein gepolsterter Rücken, der verstellbare, abnehmbare Brustgurt, Wasser- und schmutzabweisende Materialien, eine praktische Vortasche sowie ein elastischer Trinkflaschenhalter im Innern. Passend dazu unser Allzwecktäschchen, in dem Stifte und andere Kleinigkeiten perfekt verstaut werden können. Bei den Portemonnaies gehen wir zurück zu unserem Altersstufenkonzept. Das klassische Portemonnaie für die Größeren in Olivgrün, der Brustbeutel mit abnehmbarer Kordel für die Kleinen in Beere. Im Bereich Spiel und Spaß ist sicherlich das neue Jazzi-Würfelspiel ein Highlight. Es handelt sich um ein klassisches Kniffelspiel im Pferdegewand. So finden wir auf dem Spielblock Spielzüge wie voller Stall, kleine und große Stallgasse. Für die Trendserie I Love Forces haben wir im Frühjahr ein kleines Schulpaket mit absoluten Must-Have-Artikeln zusammengestellt. Bei der Gestaltung der Produkte setzen wir auf einen modernen Fotodruck in Schwarz-Weiß. Nicht fehlen darf hier natürlich die Neuauflage unseres super erfolgreichen Schreibtisch-Sets. Es handelt sich dabei um ein liebevoll zusammengestelltes Set aus Stiften, Radiergummi, Anspitzer, Magneten, Haftnotizen und allem, was die Mädchen sonst benötigen. Besonders stolz sind wir auf die neue Verpackung ohne Plastik. Deine unsere Untertitelung des ZDF, 2020